Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge Transport Fever 2, natürlich nur mit mir, eurem Illyria. So, in der letzten Folge haben wir... Gute Frage. Ich bin noch nicht ganz auf dem Dampfer, leider. Ich hab sogar erst gedacht, dass die heutige Folge ausfallen wird, weil die kommt leider später raus, urzeitmäßig als ursprünglich geplant. Ähm, ja. Gucken wir mal. Also eine Sache wissen wir auf jeden Fall schon mal mit Sicherheit. Es gibt in Ahrbrück keine Leute, die über Berndtirole umsteigen wollen nach Badingen. So, das heißt, die nächste beste Möglichkeit, die ich hätte, wäre... Ich nehme... Ich ziehe so eine Strecke hier weiter. Erweitere in den Bahnhof und lasse direkt zwischen Ahrbrück und Badingen pendeln. Ich denke, das ist mir noch ein Plan. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass das Geld hinaut, weil wir wissen ja... Wir wissen ja alle selber, dass Züge kaufen, weil sie teuer sind. Und dann teuer. Ja, es ruckelt noch, weil das Spiel gerade geladen. Ja, das kann noch nicht so ganz funktionieren, weil hier ist erstmal jede Menge Holz. Das muss natürlich noch wegtransportiert werden. Nämlich die Honuszeug, die liefern gleichzeitig Werkzeuge. Okay. 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 Naja, siehst du jetzt aus, als wenn jetzt doch einige Leerfahrten stattfinden würden. Das sind also nicht ganz so voll die Fahrten. Aber gut, wir haben Geld auf dem Konto. Machen wir doch mal das, was wir vorraten. Konfigurieren. So, dann machen wir unsere Plattform. Komm schon, Spiel, ich krieg dich mal ein. Was ist los mit dir? Was haben wir noch für Möglichkeiten? Verschiedenes. Kannst ja schnell nur Passagierunterführung machen. Oh, ich finde das sieht doch ganz nice aus. Vor allem so ein bisschen realistischer. Dann vielleicht noch ein Dach. Ja. So. Jetzt gleichzeitig soweit auf zweigleisig ausbauen. Ja. Ja. Wir kreuzen wird wohl hier auf der Straße nicht möglich sein. Nein. Ich bin 120er. Ich bin 120er. Gut. Noch nicht möglich, weil ... darum ... Geht doch. Hier hat man sich runter, so einige Stück noch. Ja, ja, ja ... Auch noch ein Bauen. So. Gläse. Ich könnte auch hier ansitzen, aber ... ich muss gucken. Ich hatte dabei ... Plattform. Ja, da muss das Gebäude eben weichen. Wurden im Laufe der Geschichte schon so viele Gebäude abgerissen, die für Modernitäten weichen müssen. Das ist normal. Mal ... Ich bin 120er, bitte sehr. Ich bin 21 pro Jahr. Ich bin 20 pro Jahr. Das ist also ein Bauen. Ah, wunderbar, es geht doch. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir das gleich so weit modernisieren. Guck mal, wie viel Knäde wir haben. Wir haben gerade so richtig schöne Knäde gekriegt. Und dann holen wir es langsamer. So. So, dann muss ein Signal hin. Sonst eigentlich muss kein Signal hin. Obwohl, andererseits, hier gebe ich den hinteren Block schneller frei. Ah, wunderbar. Er wechselt schon rüber. Hier wird es besonders interessant. Weil hier geht es ja in die Kurve. Bau nicht möglich, warum nicht? Ja, doch, so kann man das so nehmen, oder? Ist doch gerade. So. Hier geht's. garantiert wollen welche rüber ist nach oben hin das ist eine 80er kurve ok die straße macht gerade ein problem die behörden reklamieren über die getrennten straßenverbindungen ja ist ja gut die behörden haben immer was zu meckern da will ein großes transportunternehmen aufbauen und auf die beine bringen dass die leute durch die gegend kutschiert werden können dann kommen die behörden dazwischen da hast du niemanden jaja jaja das kennen wir doch das kennen wir doch na also es geht doch so dort zu nörgeln nein gut braven kinder von der behörde ich könnte jetzt eingeleisig lassen da wird erstmal nur einzug pendeln oder ich mache es sofort richtig na komm kollision ja wahrscheinlich wegen dem signal jetzt machen wir es gleich richtig das sind sowieso immer ein zweigleisig sein und wir haben noch die knede kinders wir haben noch die knede ja komm ich möchte auf hauptgleis ich glaube das ist gerade der witz daran weil die kneden er hat sie kommt ist ganz schnell ja ja dann Das war's. Ja, dafür ist jetzt so gleich wieder vernünftig. Ja, ich würde mal sagen, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Ja, da können wir trotzdem schon mal setzen, weil es tut ja nicht weh, ein paar Signälchen hier zu setzen. Okay. 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 Zugverkehr wurde in keinster Weise gestört. Jetzt kommen wir ja die Eingleisige. Ja, ist doch wunderbar. Wollen wir mal zusehen, dass wir jetzt die Strecke fertig kriegen. So, von A-Brück nach Badingen. Von da nach da. Wundervoll. Wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Genauso wie es soll. Wundervoll. 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 was zu kaufen natürlich nehmen wir die borsisch natürlich so passagiere ich weiß nicht wie viele winter fahren möchten ich gehe mal auf 40er kapazität so werden welche linie jetzt badingen ja 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 badingen abrück nach badingen so einiges geschaut und ich würde sagen zum ende der folge machen wir die jungfahrt fahrt ja da ist noch ein signal mitten auf dem gleis ist nicht gut das muss man sauber machen natürlich ist nicht besonders erquicklich dass er jetzt diese strecke nimmt mit einwandstraße also eingang gleis obwohl da kommt gerade kein zug gegen von daher ja ich hatte ein bisschen sorge dass es eventuell sich gegenseitig verstopfen könnte dass man plötzlich als zug mitten im weg ist aber da kommt dagegen ich muss mich hier mit dem gleis systeme was ausdenken weil irgendwie ist der nachteil dass der zug hier herumtuckeln ist weil es bergauf geht ich gucke mal in der nächsten folge ob sie entweder noch ein paar wirtschaftssysteme wirtschaftszweige aufbauen oder aber soll ich das gleis system noch mal kurz abzupfeln und noch mal neue setzen in der hoffnung dass dann vielleicht der gleisbaum ein bisschen besser ist da sind das schon passagiere da sind schon passagiere acht stück ja geil geil oh und da kommt jetzt die neue strecke ihr seht zum beispiel auch dass der jugend entsprechend angehoben wurde dass es zu keinen unnötigen ausbremsen kommt der boden wurde angehoben so so sehr schön da warten auch schon welche fein so wir sind angekommen in Ahrbrück liebe Zuschauer so und ich würde sagen liebe Zuschauer mit genau dem Bild hier verabschiede ich mich von euch ja wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Strecke aufgebaut die wird schon super angenommen der Zug hat 22 Passagiere von 40 und das wird sie noch steigern ja beim nächsten mal gucken wir entweder mal dass wir die Strecke hier ein bisschen verbessern dass der Zug sich nicht so ausgebremst wird von dem Hügel und was ich auch machen wollen würde wäre dann endlich mal eine Produktionsstrecke um Baumaterialien hier runter nach Bernte Rode zu bringen und die wollen z.B. noch Knifften haben ich weiß jetzt aktuell nicht wie ich da Knifften hinbringen würde Leute auch immer wo hier ist eine Kniftenfabrik aber Weizen Ah Weizen ist hier und hier es wäre ja also ja wir gucken mal es wäre auf jeden Fall eine interessante Maßnahme und da wir das Geld haben ich gucke mal her ja richtig gesehen wir konnten jede Menge Geld zurückzahlen ja ich würde sagen der Laden läuft ich hoffe jedenfalls ihr habt euren Spaß genauso wie ich wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dahin ciao Leute bis dahin 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 bis dahin